Die Dullner sind da sehr ehrgeizig und legen sehr viel Wert auf die Pflege ihrer Häuser, ihrer Gärten, ihrer Alten. Das macht Dulln sehr liebenswert. Wir haben eine Ökosiedlung in Dulln, wo alles ökologisch gemacht wird, wo die Dachrinnen in die Erde gehen und so. Also Dulln ist auf diesem Gebiet wirklich federführend, neben der Garten, die ja die einzige ökologische Gartenschau von ganz Europa ist. Ich möchte sagen, dass das der nächste Höhepunkt ist, den Dulln anstrebt als Gartenschau. Und das ist etwas Besonderes, was ich eigentlich noch nicht gesehen habe. Es gibt Kunst und es gibt Grün. Und Dulln kombiniert das. Und das finde ich toll. Und das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes, womit Dulln Gäste und auch die Bewohner anlocken kann. Dass Sie sich das anschauen können.